auf wo die stadt kam bin ich hier regelmäßig sogar raus geflogen vom server so ne weil die sachen nicht so schnell geladen werden konnten hat es mich dann immer vom server gekickt so hyping bekommen ist ja nicht so gut ne ne aber das ist ne blamage leute 4000 euro rechner bei mir dürfte das nicht ruckeln aber meistens kommt es immer nur wenn ich hier so streamen oder aufnahme der aufnahme ja auch aufnahme auch ich glaube dass du diese aufnahmedinger immer die ich habe das hat aber auch nichts mit dem rechner zu tun das hat und größtenteils auch mit dem spiel zu tun so doch nicht stimmt weil er die exzess diese programm kurz sind noch nicht optimiert ne leute meine grafikkarte über 1300 euro und so was und dann ruckelt das hier in seiner stadt wo eigentlich kaum was ist ja ja da überlegt man schon wieso gibt man so viel geld aus aber da kriege recht das liegt ganz viel an der software war den code wie das programmiert ist und so komm mal b2 stadt zum beispiel hat ja auch früher immer wie arsch geleckt alter die sau weiß das noch wie zwei stadt welche waren das noch mal ich überlege gerade das ist doch da wo wo es zur rfeld geht ich muss kurz gucken b b b b b b ach das ding hier na ja stimmt da war das das nenne ich das bermuda dreieck ja diese eine kreuzung da hinkst du denn immer für ein paar sekunden ist so aber jetzt ist das zum glück nicht mehr so krass wir haben schon einiges optimiert aber es ist halt ja da sie immer wieder neue sachen reinschmeißen lenke mich gerade an eine discord ab wie siehst du das jetzt ruckelt das bei dir wenn ich fahre oder ist das irgendwie blöd oder so also du siehst ganz gut aus richtig stabil jetzt nicht gut ich kann auch so jemanden abknollen also wenn ich jetzt vollgas gibt der fliegt da runter leute deswegen darf ich nicht so viel ein du kannst vollgas geben wenn ich auf dem dach bin dann geht das mit dem pickup geht das ernsthaft doch mach mal okay ich probiere es ja was ist das denn für ein schwarz normalerweise wäre jeder andere schon weggeflogen alter tatsächlich das geht aber komischerweise nur mit dem pickup ist ja okay ich leute dann können mit dem pickup sechs oder sieben leute sogar mitfahren wie geil ist das denn weil der bus alter weil der bambus du kannst auch verfolgungsjagden zum beispiel schon machen und du kannst jetzt schießen während du da liegst oder wie geil ist das denn leute ich fahre aus der stadt raus das ruckelt mir zu joy hier aber du musst liegen oder kann ich jetzt auch fahren ich kann auch stehen dabei lp knackt die burg ja kann ich nicht ich kann nicht gedanken hast du eben gesehen oder auch nicht gesagt die burg ja er haut einen raus ich habe noch nie ein schloss geknackt leute nehmen das rostige gar nichts kann sowas nicht warum entschärfen ist danach geklappter ja du musst das gehen wenn dann in rein gehen da rein also so ne also wenn du das von anfang anders also kein skill da drinne dann ist das auch kacke ist ja doof oder klamotten oder so waffen das ist eigentlich auch gar nicht so viel gut zwei päckchen als weil habe ich jetzt mitgenommen aber mehr auch nicht leute ich habe nicht wirklich meistens versucht davon von händen oder so doch jetzt geht's noch vor allem schnaufen alter also ist richtig geil wie eine safari weißt du so elefanten jagen und so wir jagen nur keine elefanten ja wir jagen genau 19 spieler die gerade online sind ja ich denke nach dem web ist das sowieso ja viel besser wieder mit dem spieler zu sein das ist halt auch normales kommen halt auch wieder neue spiele raus ist halt einfach so kommt wie der bin ich mir hundertprozentig sicher naja gut wir sind ja schon im rang in den top 30 gelandet das ist auch nicht schlecht naja alles gut auto von links pass auf er brennt und er kann gar nichts machen alter wir können schießen du nicht wir können schießen los weiter her der hat doch angst voll unfair und so egal ein bisschen schiss machen ist doch nicht schlimm was ist aber da ist doch was auf er steckt aus ich habe keine schrug mehr ich bin tot du bist voll weggeflogen alter aber da kommt die ganze heute da hinten aua wie du weggeflogen muss also das ging auch echt schnell mal wollte der typ und unsichtbar hast gesehen der war nackt und wurde unsichtbar alter ja das ist wegen hinterdeckungen und so ne da hinten ist ne burg boah wer ist das denn der guck wie der lang fliegt der yay und da haben wir einmal die karte aufgemacht da ist schon so 1000 spieler da alter der will wahrscheinlich auch schießen ne ja und der schießt wo bist du denn cracki ich bin jetzt c3 unten an der gelben straße beim wasser da beim see links holger jetzt allein hier ach so das ist dieser ist der handelsposten jetzt oder was holger nein du darfst nicht alleine sein sogar noch knifft hier drin alter was da denn los da ist das schloss drinnen noch mal kurz minen suchen ist so schlecht alter minen sicher verschlossen ja habe ich mir fast gedenkt leider hier sind 10.000 spieler oder leute der handelsposten hier der nee das ist ja aber die gleiche handelsposten das ist jasmids alte burg oder wie soll ich das nennen das ist ja nicht anders was jetzt bin ich auch das erste mal hier ich bin genau hier also ich bin genau da sollte ich eben abholen oder was hier sind noch zwei andere autos pass auf die haben den ja glaube ich auch noch gerade weggeklatscht hat den anderen team ja ja ich kann jetzt nicht hießen laufen aber das schade ich brauche dich du bist meine waffe ich bin beim timis camp war ich rutsche ich glaube die kommen gleich zu dir mach keinen scheiß oder fliegen schon kugeln da fliegen schon kugeln siehst du verlos jetzt muss ja nicht nur auf energie acht leute sondern auch auf tank tank stelle hätte ich fast gesagt was ruckelt das denn hier ich glaube ich mache das spiel komplett aus und wieder an äh dann ist das nämlich wieder flüssiger leute oh definitiv was im stream auch so ruckelig oder nur bei mir gerade ja hier ist die stadt des todes leute hier ist die kirche wo wir uns sammeln wollen gegen die andere community zusammen das bedeutet natürlich dass wir wir hier auf dem server zusammen sind wir sind ein team wir schießen uns nicht leute ich muss mal kurz auslocken taktisch unklug hier sieht man mich doch bestimmt so mal kurz auslocken hier und ihr wisst mensch da bin ich schon in real jetzt ist das nicht toll das spieß aus ja tacky was machen wir denn jetzt ja ich bin timmy scamp jetzt ja ich glaube ein tod alter was für den ehrenmanns testet tacky helft mir ja beim einloggen schon abgeschossen wurden was das finde so vor allem das neue dinge hier du kannst du nicht mal rein du kannst jetzt noch nicht mal gucken wer das war nicht das schon als ich jetzt wo bist du gestorben ist die frage hinter der kirche war echt voll ass brand hier ist er noch da ja ich denke schon ich glaube ich habe gerade eine tür gehört freunde heute ist community tag wir wollten gegen die andere community wir wollten uns nicht gegenseitig glauben habt ihr da irgendwas falsch verstanden wo fange ich denn an beim sägewerk alter ich weiß schon wer das war ja weiß man ja nicht man kann es ja nicht mehr sehen total ätzend also von uns auch man kann ja keinen mehr bestrafen weil du siehst nicht mehr wer geschossen hat wenn du jetzt als bambi erschossen wirst dann kannst du nicht mehr sehen wer dich erschossen hat das ist doch scheiße für uns leute das kannst du jeden bambi killen und du kannst den typ nicht mehr melden alter weißt wie ich mein ich deswegen ich hatte dieses neue system mit diesen chips alter das ist doch total dreck vorher vor allen dingen jetzt sind meine klammern bestimmt wieder komplett kaputt gegangen ach die ist null hier guck mal das ist quasi ist erschossen worden alter kannst du nicht mehr benutzen open die ist hin oh ätzend wer weiß wie viele sachen ich jetzt schon wieder verloren habe wegen der scheiße ist auch das auch null schrotz habe ich noch guck mal hast du die munition genommen ich habe doch noch schrotze hier brauchst du ne habe ich ja willst du keine willst du keine schrotflinte haben hast du nur eine für dich ja aber du brauchst doch munition oder nicht ja ja im auto kannst du noch reingucken jetzt ne du bist ja bei mir im squad ja ich hab keine schrotze hinter mir die haben sie mir abgenommen ach so dann holen wir jetzt noch eine war warte ich gebe dir meine so jedes mal noch ein livestream bin ich kaputt der typ na deine bauchtasche liegt da glaube ich noch warte auch tasche eine habe ich um aber meine panzerung könnte ich mal im heile machen ich habe doch die dinger im auto man ich bin immer so blind eine panzerung mal im heile machen gürteltasche rucksack also man muss sich immer reparieren mit klamotten du gehst das wird schnell kaputt sonstigen kannst du das mit schmeißen das geht's rausgeflogen warte ich kann ich nicht sehen heute ist es selbst ja aber es kam jetzt mal was los wollen wir zum bootcamp ein bisschen looten waffen holen ja würde ich sagen handy habe ich noch ammann trinken bei meinen kleinen schnucki pupsi hier wieder fit machen siehst du wieder mit ds auf 200 prozent fast gut ja ist alles cool mit den werten hat ja auch da wird ja wo kommt die denn jetzt hier aber damit ist eine ganz andere hier ist deine bauchtasche das hier ist meine hast du deine willst du dich nicht anziehen na egal ich bin neu da so eh nix drin oder da war nix drin so liegt jetzt hier haben wir alles fertig mimi es läuft gleich viel flüssiger wo wir jetzt neu gestartet haben freund ihr seht selbst mit der wagen ist ja leer wo ist die tankstelle gewesen man alter ja mal eben kurz voll tanken ich wäre ja sonst blöd wir sind doch gerade an der tankstelle ich stecke aus wieso musst du dafür aussteigen ja ja ach so du willst tanken oder was ja ja klar dann bleibt drin ach so ok kreki hat ja auch die waffe obwohl er steckt sie weg wenn er tankt das er kann also bild da ne ja Hä? Irgendjemand hat dich doch gerade gerufen. Was war das? Ja, das sind... Ja, bestimmt. Ja, was soll ich dazu sagen? War das eine Art Man-D? Nein. Freunde, ihr seht es mittlerweile... Ja, es wird die Leute halt auch voll event. Wenn du streamst, würden sie dich abknallen können. Was soll denn so was? Warte, wir sind selber noch. Fahr weiter. Wo sind sie? Tatsächlich hier. Genau, da mach ich halt, ey, Leute. Ja, das Spiel hat sie eben so wenig aufgebaut. Ich weiß auch nicht. Irgendwie ist das langsam hier. Vielleicht liegt es auch im Internet. Au, Flächheit. Sind die denn so aggressiv heute die Spieler? Wollen wir nicht 3-2-1 kloppen und nicht andersrum? Wahrscheinlich sind das alles die von 3-2-1. Stell dir mal vor. Das ist so, ihr werdet die ganze Zeit abgange und wir fahren hier zum Bootcamp. Hier der große alte Handelspasten, das ist auch eine Riesenburg, ne? Ja. Oder zum Flughafen, das ist auch schwierig, ne? Boah. Was hast du? Bootcamp, los. Bootcamp. Bootcamp. Dabei, dabei, Bilyard Blät. Haha. Ja, ich habe nicht eine Waffe, ne? Vielleicht finden wir da gleich mal eine. Ja, doch. Ich habe dir eine Schrotwinde. Die ist gut. Ja, wegen Zombies und so. Soll ich reinfahren ins Haus, oder was? Willst du? Oder lieber hinten parken. Wir können ja hinten parken, ne? Ja, würde ich hinten parken. Sind die Türen offen? Oder sowieso gleich weg. Türen sind offen, Alter. Oder? Ja, ist nicht schlimm. Ja, da wurde schon gelootet, ne? Oder meinst du nicht? Ja, aber jede 20 Minuten ist doch eh Reset vom Loot. Okay. Wenn du das sagst. Ja, ist so. Wenn du 50 Meter von einem Loot-Container weg bist und 20 Minuten wartest, ist da ein neuer Loot drinne. Okay. Okay. Oh Mann. Ich fahre lieber weiter. Das ist so schlecht, Leute. Ich wollte grad parken und dann kommt schon die erste Kugel auf uns geflogen. Ah, geil. Ja komm, lass doch einfach rumfahren. Lass die Leute doch Stream snipen. Mal gucken, wie lange es dauert, bis sie uns wieder kriegen. Wie meinst du? Ja, also als Nebenevent sollen sie uns abknallen. Hallo, das sind meine Videosachen gerade hier. Ich hab da nix anderes, Mann. Äh, der ist vor uns, Alter. Wo ist der Hund? Hinten sind sie. Schau, den überfahren wir. Zwei. Oh, da war einer im Busch, hast du gesehen? Ich glaub, den hab ich getroffen. Oh, da von vorne. Köstlich. Ja, wir fahren jetzt zum Airfield, da sind mehr Roboter. Sind euch die Regeln jetzt egal, oder warum werden Spieler komplett gelootet? I don't know. Ich weiß nicht. Wieso? Ich weiß es nicht. Schreibt der doch gerade da unten. Wieso haben wir denn so viele Spieler hier, die böse auf uns sind? Ich stehe gar nicht. Das habe ich mir heute anders vorgestellt, Leute. Wir wollten noch zusammenspielen, gegen die anderen. Und nicht alle gegen mich. Sind ganz neue Ausflüge hier. Das ist aber irgendwie anscheinend nicht zu hinterbinden. Oh, du brennt gleich, Cracky. Wir müssen das unbedingt reparieren. Also viele Spieler sind gar nicht auf dem Server drauf, aber gefühlt sind die alle bei uns, ne? Na ja. Okay, ich steige gleich aus, repariere und du bewachst mit der Schrotflinte, oder? Ja, ich bin dead. Wie, du bist dead? Ja, ich bin tot. Hä? Wie lange bist du denn tot, Alter? Das sagst du mir jetzt erst? Ich denke, du sitzt die ganze Zeit neben mir, Mann. Ernsthaft? Ja, sicher. Was? Und ich merke das nicht. Wie lange bist du denn schon tot, Mann? Ja, wo wir da weggefahren sind, bin ich aus dem Auto geflogen. Alter, ich habe nichts mitgekriegt. Ich denke die ganze Zeit, du bist hier neben mir, Alter. Das gibt es doch gar nicht. Leute, guckt euch die Scheiße an. resten Design. Offen Sie, babe? Lasst es nicht heuteément schlagem? Nein, es läuft es doch nicht jeden Tag, so drücke. Nein, es geht das Ganze vor? Das ist Hyiting. Mensch, dich stattfert, 운동 говорит…